Ja? Ob ich Babysitter sein soll? Aber ich hasse Babys. Er wird mich auch hassen. Okay. Für das Geld mach ich's. Ich bin jetzt Babysitter. Und ich muss auf den kleinen Scheißer hier aufpassen. Okay? Dich werde ich noch richtig rannehmen. Also nicht so rannehmen. Ich meinte äh... Also was sollen wir jetzt mit dem kleinen Scheißer hier anfangen? Hahaha. Was? Entschuldigung. Okay wir spielen gescheit. Komm wir waschen dich. Willst du kacken? Nein. Okay. Ciao. Gute Nacht. Wir sehen uns. Okay der kackt. Wir müssen in die Toilette. Mann. Ah. Ui. Bruder. Wir müssen nur da hingekommen. Ah endlich stinkt er nicht. So ich setze dich jetzt hier hin. Du guckst jetzt ein bisschen Fernseher. Ja genau so passt es eigentlich. So brichst du dir nicht den Rücken. Okay ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich geh jetzt kurz kochen. Okay. Ich bin gleich wieder da. Ofen. Baby. Hm. So hört man ihn wenigstens nicht mehr richtig. Ich bring dich jetzt ins Bett okay. Ich bring dich ins Bett. So. Das ist sein Zimmer. Ich sing dir jetzt ein Lied okay. Von meiner Kindheit. Also. Damit du schöner einschlafen kannst. Mutzbach. Erwachsenenvollzug. Mutter. Ist im Knast heute zu Besuch. Aber wieso will der Penner nicht schlafen? Ah ok. Mua. Mua. Oh endlich ist der kleine Bastard am schlafen alter. Guck zu lang Fernseher. Oh. Ach kleiner. Du Dreckspisser. Hey. Wer hat die Tür aufgemacht? Wow. Wow. Wo ist denn der hin? Ab da bist du? Du kleiner Bastard. Wow. Wie bist du da runtergekommen? Ab mit dir schlafen. Gute Nachts. Ciao. Du hast TV und das. Wer hat die Tür aufgemacht? Wer hat die Tür aufgemacht? Jetzt kann nichts mehr passieren Leute. Guten Morgen meine lieben Freunde. Ach du bist ja schon wach. Komm wir gehen jetzt frühstücken. Warte. Oh. Entschuldigung. Das war aus Versehen. Hast du gerade wieder gekackt? Kühlschrank. Bottle. Oh. Shit. Hey. Ey. Der hat Zauberkräfte. So. Du bleibst jetzt hier schön sitzen. Du bleibst jetzt hier sitzen. Wow. Kliegmann. Motherfucker. Alter. Wie hast du das gemacht? Naja. Wir bringen es mal wieder runter. Oder? Werd man der jetzt nicht mehr da? Doch der ist da. Aaron. Aaron Baby. Take baby to bed. Hast du so schnell schon wieder schla... Ich hab doch gesagt. Wenn ich da bin wirst du kein Teufel. Ab ins Bett mit dir als Strafe. Tschüss. Watch TV und das Sofa. Chill out. Ach endlich Digga. Ich mach hier die Regeln alter. Nicht der kleine Scheißer. So der kleine Scheißer. Der will bestimmt wieder... Okay. Der kleine Dichser. Ist wieder nur am rumholen. Ne? Gute Nacht. Okay. Jetzt muss ich... Ich hab Hunger bekommen. Ich glaub ich nehm... Feed me. Was hab ich dir gesagt? Du kleiner Scheißer. Ha? Der hat die Tür zugemacht. Ich schwör es dir. Wenn du aufmacht. Ich schwör es dir. Ich werd dich so vermöbeln. Ich hab doch gesagt. Kein Feuer in der Wohnung. Beat the baby you monster. Okay. Sorry. Bin ich jetzt das Monster? Als ob ich das Monster wär. Ne? Ganz ehrlich? Ja. Ach scheiße Digga. Ich wusste das das kommt. Was? Ich entscheide Digga. Hier. Hier Digga. Als Strafe. Zack. Hä? Wen willst du hier verarschen? Pisser Mann. Hier. Eine Stunde Ofen als Strafe. Wehe. Mach keinen Scheiß. Du Dreckiger Uhrenzone. Du Bastard alter. Was hab ich gesagt? Nicht fliegen. Und hör auf deinen Kopf da zu drehen. Junge was ist mit dem Fall? Ich hol gleich mein Kopf da zu drehen. Ich hol gleich mein Kopf da zu drehen. Wenn du so weiter machst. Da muss ich ihn verzaubern. Ganz ehrlich. Er zeigt seine Dominanz. Der kleine Pisser soll man nicht so tun Digga. Guck. Ich habe die Macht. Okay. Take baby to bed let's go. Ab mit dir in dein Zimmer. Du hast es ehrlich gesagt nicht verdient. Oh. Oh. Entschuldigung. Das war auch aus Versehen. Ey. Warte chill mal. Ich kann dich mal richtig tragen hier. Okay. Ab mit jetzt. Was habe ich dir gesagt? What? Ach du gehst selber ins Bett. Alles gut. Woah. Das mit den Tentakeln habe ich dir auch verboten. Kannst du mal schlafen gehen? Nein. Gute Nacht.